So, ich möchte dir heute zeigen, wie du so eine vollautomatische Knochenmehlfarm bauen kannst und ich würde sagen, wir fangen damit auch direkt an. So, vor einiger Zeit haben wir eine halbautomatische Knochenmehlfarm gebaut. Wenn du diese leichtere Variante bevorzugst, dann guck einfach mal in die Kommentare, da habe ich das Video dazu oben angepinnt. Wenn du noch Ideen für andere Sachen, die wir bauen könnten hast, dann kannst du die ebenfalls in die Kommentare hauen. Würde mich sehr, sehr freuen. Wie bauen wir jetzt diese Knochenmehlfarm? Das ist ganz, ganz easy. Wir gehen mal hier so parallel dazu hin und sagen jetzt mal so, wir haben hier eine Truhe, wo das Knochenmehl rein soll. Dann gehen wir hin, machen da einen Trichter drauf, auf den Trichter kommt dann ein Komposter, da drauf kommt wieder ein Trichter und hier hinter kommt noch ein Trichter, der so in den vorderen zeigt. Das ist praktisch die ganze Knochenmehlanlage. Jetzt bauen wir das drumherum. Dazu machen wir erstmal hier und hier das Ganze so zu. Böp, 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 3 mal 3. Jetzt gehen wir hin, machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hoch und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 breit. Also der hier zählt mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hier können wir dann wieder hochgehen, sodass wir hier 1, 2, 3, 4, 5 in der Mitte frei haben. Jetzt ziehen wir das ganze Ding einfach bis oben hin, können hier so nochmal mitgehen, dass wir so ein schönes Tor haben. Sieht super aus. Das Ganze machen wir jetzt hier hinten nochmal. So, hier zu, dann die Seiten zu. Einmal bis oben hin. Ganz, ganz easy peasy. Hier dasselbe. So. Bis oben hin. Oben lassen wir offen. Die Rückwand machen wir auch erstmal zu. Da bitte kein. In der Mitte, das lassen wir frei, weil da kommt jetzt gleich Seetang hin, mit dem wir das Ganze machen werden. So. Sehr, sehr schön. Hier hin. So. Jetzt haben wir hier so einen schönen Kasten in der Mitte frei. Gehen jetzt hin, machen das hier auch nochmal zu, weil wir wollen ja nicht, dass hier gleich alles durch die Gegend fliegt. Das wäre sehr suboptimal. Die Wand kann auch zu. So komplett, dass das ein bisschen schöner aussieht. Muss nicht, aber ich mache das jetzt hier so zu, dass es schön aussieht. Jetzt nehmen wir Glas und hauen das einfach hier vor, dass wir ein bisschen was sehen. Und dann ist die Seite hier schon fertig. So. Hier machen wir auch alles Glas vor. Sehr schön. Gleich machen wir unten nochmal die zwei weg, dass wir besser da rankommen. Vielleicht kriegen wir es auch noch von innen hin. Mal gucken. So. Machen wir weg. So. Dass der ganze Behälter jetzt schon fertig ist. Jetzt gehen wir hin. Wer möchte, kann hier oben das auch noch aus Glas machen, sodass er besser sieht, ob das hier richtig funktioniert mit dem Wasser. Was jetzt gleich kommt. Jetzt gehen wir hier runter in das Loch und machen hier auf der Ebene, auf der zweiten, die lassen wir. Hier gehen wir hin und machen alles Pistons hin. Dann gehen wir hier hoch. Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Dort, sagen wir mal, wir sagen mal, die hier machen wir weg. Also eins, zwei, den dritten. Hier gehen wir jetzt hin und nehmen Observer. Und hauen die wieder verkehrt herum hier hin. So, dass die Gesichter hier drin sind. Wir sehen es wieder. Schön die Gesichter hier drin. Jetzt muss der Block hier weg. Wir nehmen ein Schild. Das hauen wir hier hin. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Jetzt machen wir erstmal alles voller Wasser hier drin. So. Dann die Blöcke hier auf der Ebene. Ich habe diesmal auch die Shader ausgemacht, damit man das Wasser besser sieht. Da kann Wasser hin. So, jetzt hier. Und dann halt immer so weiter. Bup, 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 da auch. Jetzt müssen wir gucken. Jetzt sind wir schon auf der Hürde Observer. Jetzt gehen wir hin. Ah, meine Güte, ey. Schlimm. So, jetzt gehen wir hin. Jetzt brauchen wir Stufen. Bubbel, die Bubbel. Da, Stufen oder ganze Blöcke ist eigentlich egal. Jetzt habe ich Stufen genommen. Und gehen hier eins über den Observer. Wobei, wir können hier unten auch erstmal voll machen. So, auf der Hürde Observer mit Wasser. So. Gehen jetzt hin. Machen das hier so gerade einmal dicht. Dass es auf derselben Höhe wie hier ist. Tun jetzt Wasser hier hin. Dass wir einen Strom haben, der nach hier hin geht. Jetzt können wir das natürlich nicht zulassen. Weil da unten ja dicht ist. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin und machen die wieder weg. Und deswegen habe ich die Shader ausgemacht. Damit man das jetzt ein bisschen besser sehen kann. Machen dann jetzt hier an den Blöcken, wo gerade die Stufen waren. Muss auch nochmal Wasser hin. Sonst haben wir ja eine Unterbrechung. Und es geht nach unten und zur Seite. Wir wollen es ja nur zur Seite haben. Jetzt ist das Ganze wieder komplett miteinander verbunden. So, dass gleich der Seetang. Der hat ja die schöne Eigenschaft, dass er blub, 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 blub. Nach oben an die Oberfläche geht. Hier rechts reingespült wird. Hier runter fällt in den Trichter. Und ab in die Knochenmehl-Farm geht. Jetzt gehen wir hier hin. Nehmen uns gerade wieder ganze Blöcke. Machen die einmal hier vor. Vor die ganzen Pistons. Hier vor unsere Observer. Bauen uns hier so eine kleine Treppe. Die kann mal weg. Die kann mal weg. So. Dann brauchen wir hier noch so eine Treppe. Gucken jetzt, dass wir das Ganze hier noch so zumachen. Bitteschön. Und nehmen uns jetzt einmal Redstone. Ups, Redstone. Und einen Repeater brauchen wir. So, dann gehen wir hier oben hin. Hier, wo unsere ganzen Observer sind, gehen hier runter. Hier unten muss das ja natürlich auch hin. Wegen der ganzen Pistons. So, und so. Jetzt müssen wir nur gucken. Das soll hier nicht verbunden werden. Deswegen machen wir hier wieder so einen drüber. Dass es getrennt ist. Dann können wir hier jetzt einen Repeater hinmachen. Stellen ihn auf vier Ticks. Hier dran, dort dran, dort dran. Und jetzt müssten wir eigentlich, wenn wir alles richtig gemacht haben, nur noch unseren Seetang pflanzen. Und gucken, wie er wächst. Bin mal gespannt. So, sollte eigentlich ohne Probleme klappen. Gehen wir gerade runter. Wir werden jetzt den Seetang hier hinpacken. Der sollte relativ schnell wachsen, weil ich die Tickspeed hochgestellt habe. Gucken wir mal, ob der Kollege wächst. Da unten grabbelt er schon rum. Und wenn das dann jetzt da oben an die Observer kommt, lösen sie das Ganze natürlich aus. Hier unten die Pistons werden ausgefahren. Hauen alles ab. Das Zeug wird nach oben gespült. Fällt hier rein in unsere Knochenmehlfarm. Da geht's los. Gucken wir mal, ob wir es richtig gebaut haben oder ob wir irgendwo wieder einen Kurzschluss reingebaut haben. Das macht jeder auch gern. Zack. Und siehe da, es funktioniert. Wunderbar, oder? Wer möchte, kann jetzt hier noch ein Dach drauf machen. Ich lasse es lieber auf, weil ich dann direkt gucken kann, ob alles in Ordnung ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Tickspeed gelegen hat oder an was anderem. Ich hatte auch bei einer höheren Tickspeed von 3000 das Problem, dass der hier das Wasser nicht so schön gelassen hat, sondern dann hier hochgedrückt hat und dann haben die sich alle hier in der Mitte gesammelt. Ich denke mal, das hat an der hohen Tickspeed gelegen, weil hier hat es bis jetzt nicht das Problem gegeben. Wenn du aber auch das Problem hast, dann schreib es mir in die Kommentare. Dann müssen wir daran noch ein bisschen arbeiten. Wenn dir die Kälbfarm gefallen hat, wie man sieht, kommt jetzt hier auch Knochenweh raus. Jawohl. Der arbeitet. Die arbeiten. Alle arbeiten hier. Sehr schön. So, wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls es noch nicht geschehen, abonnieren, Glock aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sage wie immer, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede.